Nein, nicht Terrobo... Ist ja schrecklich. Nicht zwungst im Moment. Schon für diese Fail-Parts schon eigentlich, aber... Wenn ich was versuche, dann würde ich es auch durchziehen. Eins, zwei, drei... Wow! Eins, ach man. Ich dachte schon, er trifft mich schon gleich hier, aber... Zack und Zack. Oh. Komm mal mit Ich hab da mal so eine Knorkige Idee Bleib stehen, du Lump Ich bleib doch stehen Du glaubst gar nicht, wo du grad hinläufst, in dein Verderben Bleib stehen, du Lump Wo? Hilf mir, hilf mir, hilf mir Wuhu Wuhu Nein Was hast du verdient, Mist Du arme Wurst, hast dir nicht mehr Gold dabei? Nö, das hat er nicht Fressen hiervon noch einiges, du Na komm Kräuter sind immer was schönes So, können wir das eigentlich auch mit dem anderen machen Aber ich weiß nicht, ich denke der hat noch genug Schaden bekommen Obwohl, seit wir es auch vorher machen könnten Nun gut Ich glaub die Aufnahme Session für heute neigt sich auch schon das Ende hinzu Ich mach das immer so lange, bis die Festplatte voll ist Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie, was weiß ich, wenn ich immer filme Zwei Stunden oder so ranhocke, denn meist renne ich einfach nur so viel wie ich Lust habe Dann ist es nur eine halbe Stunde oder eine Stunde höchstens und dann ist Aufnahme futsch und dann muss ich neu starten Auf jeden Fall, ich hoffe du hast, ne Boah, das ist ja für das Leben eh, woher? Spinner Wow So, folge mir Wow Zack Du hast ein gutes Schwert, oder? Renn so schnell wie du kannst Wow So So ist das eine tolle Taktik Ja, renn so schnell wie du kannst Komm, wir haben es doch gleich geschafft, gleich sind wir bei Niklas Bei Niklas, äh, Jagdgebiet Hehehe Du hast auch gleich dein Kumpel sehen, oh Ja, renn so schnell wie du kannst Sei ruhig Hilf mir Geil Meine Waffe Hehehe Hehehe Danke für das Gold, du Held 22 Lernpunkt Dann können wir eine schon viel bessere Zweihandlöfe nehmen und diesmal benutze ich keine Kräuter Nein, 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 nein Wir benutzen Magie für diese, für diesen Kram Da ist noch einer, ich glaube mit dem messe ich mich immer eins gegen eins, falls ich das schaffe Oh, wir haben eine neue Waffe und für uns fehlen nur noch 22 Lernpunkte Ist aber etwas viel, wenn ich das so recht bedenke ... Einmal mal auf dem Bauch geklatscht Ähhhhhh, pababababababababababababba Jax-Leuchturm Ist schon eine gute Taktik, wenn man zu schwach ist, dass man einfach irgendwie wegrennt und den anderen die Arbeit machen lässt Und dann versucht, den Kill noch abzustauben. Nun gut. Aber nun werden wir was anderes machen. Wir werden Jacks motherfucking Leuchtturm retten. Und da um der Ecke steht der Olle doch schon. Bereit zum Angriff. Ey du. Alter. Das war's für dich, Penner. Alter, die Schnauzer, Penner. Ich glaube, mit dem müssen wir was auch machen. Egal, hätten wir aber die Quest schon vorhanden von Bandit und so. EP, Junoff. Ist schon mal eigentlich relativ gut. Ist doch voll legge mir, oder? Du bist der Letzte. Der Letzte von so vielen. Bleib stehen, du Lump. Hehehe. Warte mal, kann ich geradeaus einfach weiterhören, um zu bedenken, was zu bedenken? Jopp. Bleib stehen, du Lump. Ja, dann machen wir erstmal hier so ein kleines Bögenchen und dann, ja, so jetzt, komm mal. Bleib stehen, du Lump. Es wird Zeit, die Waffe zu ziehen. Du, 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 du. Bleib stehen, du Lump. Kann's auch mal an den Treffer landen. Spannende Partie hier. Ui. Wow. Das hast du verdient, Mistkerl. Hm. Für den haben wir doch noch keine EP bekommen, aber ich wurde zu früh zugeschlagen. Danke für das Gold, du Held. Jo, kein Problem. So. Wir können uns gleich mal an Jacks Leuchtturm umsehen, uns aufs Ohr legen. Aber irgendwo waren doch die... Ich meine, da unten wären die zwei Truhen unter uns gewesen, die wir plundern hätten können. Hm. Na ja, was sollt's. Wir werden schon genügend Truhen finden. Wir werden schon genügend Truhen machen. Wir werden schon genügend Truhen machen. Ja. Wir werden jetzt in den Truhen machen. ich muss ja wirklich gehen musste wirklich gehen schon mal 9 9 wir stecken fest ich hoffe oben ist dort zur hafenstadt können wir schon mal bereit halten theoretisch muss man wirklich um wasser springen und ein bisschen schwimmen aber die arbeit machen wir uns im jahr und dann was hier oben nein doch weg großer feuersturm haben wir halten glaube ich zumindest aber youtube dann vom flackert die kacke immer noch 100 gold ob zur hafenstadt und jack bericht das check berichten da würde ich mal sagen zum selben erhöht und ja die banditen die in einem leuchtturm hausten sind weg ist das wirklich wahr endlich kann ich wieder meine arbeit aufnehmen komm doch mit von meinem turm aus hast du einen unverteidigenden ausblick aufs meer jetzt aber ganz schön trübselig zu dem neuen turm jack naja aus holz wir werden uns jetzt einen schnellen weg machen ich wäre und da die versuchenden so schön den weg blockieren dass wir da eigentlich nicht so recht durchkommen es blitzt und donnert scheiß drauf 10 ep müssen sein da steht schon eine erste suchende junge 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 ok gerade ist meine fps total im arsch aber so richtig 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 im arsch also ich mit 18 fps leckt sogar gothic ein bisschen ok aber jetzt stabilisiert auch sie schon mal so ja dann ich hoffe da versperrt jetzt die jungen suchen da gleich die wege ich habe nicht ich komme einfach gegen die noch nicht an tut mir leid aus dem müssen wir noch mal nachdem wir müssen zum kloster noch ach ach du kleine ratte ich glaube haben wir irgendwie so ein speed trank obwohl es gibt da etwas was ich wovon ich denke es könnte speed bin halten homo homo ja ich bin tot ich weiß was so habe ich es mir nicht vorgestellt mit den oh alter oh es ist ein paar kraut das ist scheiß kraut für einige sekunden hab damit zu welchen entwürfen holz ihr geht mir total auf den sack wisst ihr das scheiß auf die Feuernisse ich hab hier nichts gesehen o ich werde dich ruhe meine hüte nur rechts von mir ist auch noch einer ich glaube es nicht gehen wir jetzt einfach so da habe ich ja noch pilz übersehen da ist auch noch einer geradeaus ey ihr wollt mich doch also ich zeig euch an also mir soll es recht sein soll da sollten angegriffen werden der fest da hier fest dagegen suchen da habe ich kein problem mit vielleicht hilft er mir wenn ich zwei versuche noch ein versuch hilf mir doch mal geht ich ich w w